Hallo, mein Name ist Chefkoch Burgis, mein Name ist Geschmack und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der schnellsten Kochshow der Welt, der Veggie Show. Heute wollen wir all den mördernden Fleischfressern da draußen mal etwas Gutes tun, Weltpremiere, wir braten, Saitan, Rostbratwürste, absoluten Veggie und absolut Mon Amour, ohne Fleisch, ja. Und jetzt, aufgemerkt Freunde, denn so einfach ist das gar nicht, vegane Rostbratwürste schmackhaft zubereiten. Aufpassen, zuerst, nehmt ihr die linke Hand, ganz wichtig, nehmt die Packung in die Hand, nicht öffnen, mehr dazu erzähle ich gleich, nicht öffnen und dann, ab in den Mülleimer und Deckel drauf. Deckel drauf ist ganz wichtig und jetzt holen wir uns eine ganz normale rote Wurst aus dem Kühlschrank, braten die ganz normal in der Pfanne und der Tag ist dein Freund. Bis zur nächsten Ausgabe der Veggie Show. Tschüss.